Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Bimo und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Dark Souls 2 Crown of the Sunken King. Ja Leute, machen wir weiter an der Stelle, wir wollen jetzt hier in diese Höhle da rein. Mit diesem einladenden Drachen davor. Können wir ja klar vorstellen, dass wir jetzt schon gegen den Boss antreten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint die Hypothese richtig zu sein, dass diese Tussi, die wir da besiegt haben, die Elana, die hat immer so ein bisschen das Schlaflied gesungen für den schlafenden Drachen, so ich das verstanden habe. So, hier haben wir Leuchtfeuer, das ist schon mal gut und da hinten ist Nebel und hier sind ganz viele Symbole, das bedeutet, da wird wahrscheinlich schon der nächste Boss warten. Da würde ich mal ganz schnell nochmal nochmal Jula machen eben, dass ich meinen Ring mal noch reparieren kann. Und ja, im Anschluss gehen wir dann da durch und gucken einfach mal, was dann passiert. Ich kenne jetzt auch aus Guilden gehen, aber nee, das passt schon nicht so erstmal. Und ganz schnell nur den Ring reparieren. So hätten wir. Und jetzt noch schnell anziehen. Flints Ring ziehen wir aus und dafür muss ich erstmal ins Wiederfinden. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Aue sieht. Ähm, nein. Wo ist denn der jetzt? Dumm, dumm, dumm. Hallo. Hier, der hier, Ring der Lebenssicherung. So, alles klar. Gut Leute, dann machen wir wieder zurück. Also was mich einzig, was mich ein bisschen ärgert ist, dass ich, ähm, von hier fehlt mir ein Leuchtfeuer. Das ärgert mich ein kleines bisschen. Aber ich denke, das ist halb so wild. Ich denke, das ist nicht so schlimm. So. Dum, dum, dum. Und EMB ist jetzt gerade aktiviert, wie man sieht, aber was soll sich denn, das ist es einfach mal an. Wenn jetzt hier der Boss kommt, dann geht es wahrscheinlich auch mit EMB. Sieht halt wieder ein bisschen epischer aus. So. Also das sieht mir nach einer Arena aus, Leute. Das sieht mir nach einer Arena aus. Ja, da kommt er. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Kann ich mich erstmal hier verstecken irgendwie? So, was macht er jetzt? Erstmal wieder kennen wir an den Gegner. Alter, 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 alter. Am wenigsten bin ich kein Worn hin, wenn er das macht. Und ihr wisst ja, Leute, ich hasse Tranken. Okay. Ich bin instant gestagert, aber wenigstens habe ich es geplockt noch. Also das Schild, das ist, äh... Alter! Okay, ganz ruhig. Erstmal weg hier. Haltrang. Nochmal. So, was macht er jetzt? Ich renne einfach mal los jetzt hier. Ich laufe einfach mal in den Gegend. Keine Ahnung, was dann passiert. Okay, er erwischt mich nicht. Das war schon mal gut gewesen. Und ich kann ja auch mal zaubern hier. Scheiße. Was macht er jetzt? Alter. Okay, ich glaube, aber ich muss echt immer drauf hinzulaufen, wenn er in der Position ist, oder? Mir kommt zumindest so vor. Äh, dumme Position. Drauf zurennen. Drauf zurennen. Okay, so komme ich weg. Taubern. Wie ich halt fast keinen Schaden mal wieder mache. Alter. No, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ich mache erstmal gar nichts. Scheiße. Okay. Aber da muss ich nach hinten, so wie es aussieht, ne? Weil nach links, ich weiß nicht, wie ich da so schnell nach links kommen soll. So, jetzt wieder entgegenlaufen. Fuck. Fuck. Boah, Alter, wie soll ich denn da wegkommen, bitte? Heiltrank. Schnell. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So, jetzt wieder entgegenlaufen. Schnell. Okay, das ist gut, das ist gut, weil so hat er mich jetzt eben auch nicht, aber will ich Heiltrank nehmen? Nein, Heiltrank nehmen, bitte. Fuck, Mann. Oh, das ist das Scheiße, weil die Kacke im Weg war. Ganz ruhig. Was machst du? Mach mal oben. Okay, Heiltrank nehmen. Nein. Okay, ich bin da nicht tot, Leute. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da oben. Okay, ich versuche jetzt mal hier mit Nahkampfattacken zu arbeiten. So. Und drauf. Einmal hammern. Mach mal ein bisschen mehr Schaden auf jeden Fall. Weiter, weiter, weiter. Und noch zum Schwanz. Das war bei dem letzten Tragen. Au. Das gibt es doch gar nicht. Einmal kann man da draufhauen. Weg. 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 Krass, er hat auch den Move. Er hat auch den Move, das er da hinten vorher macht. Alles klar? Das ist ja wirklich erstmal nur Kinderan jetzt hier. Wenn ich jetzt hier sterbe, sterbe ich. Aber entgegen, entgegenlaufen. Okay, jetzt bin ich nicht irgendwie weggekommen, Leute. Ich versuche, wie auf die Hinterbeine zu gehen. Das war eigentlich ganz gut gewesen eben. Einmal hammern, oder? Ja? Scheiße. Ich muss wirklich voll hinter denen. Was macht er jetzt? Da spielen wir schon wieder auf mich drauf oder so. Okay, ich bin auf jeden Fall weg. Heiltrank. Alter, weg. What the fuck? Ich glaube, echt, das muss ich blocken oder so. Aber da bin ich ja wieder gestackert. Okay, diesmal habe ich es geschafft, wegzukommen, Leute. Achtung. Spring. Halt, dann kann ich ihn nicht mehr nehmen. Shit. Okay. Ey, ich bin ja fast geneigt, in Zweihand hier rumzurennen, Leute. Ich probiere das mal eben. Wo ist denn der jetzt? Da. Spring. Ah, hier ist Kack, Gift, Alter. Aber wenn ich auch frei rumrenne, geht es glaube ich besser. Immer indem wir entgegenlaufen erst mal. So. Lass ich mal durchspielen. Ah, hier ist Gift. Da bin ich gleich vergiftet, dann bin ich dauernd. Ich muss erst mal weg wieder. Aber so geht es irgendwie. Wo ist denn der? Da. Ganz ruhig. Spring. Hat mich nicht erwischt. Das geht so, wenn ich frei rumrenne. Ganz ruhig. Jetzt wieder entgegenrennen. Naja, scheiße. Hat nicht reagiert beim Laufen, leider. Ah, ich bin ja gleich tot. Wow, das hat funktioniert. Cool. Achtung. Ah, okay. Alles klar. Aber immerhin, wir haben auf 60, 70 Prozent bekommen. Es war ein erster Versuch gewesen. Ich bin ja fast geneigt, das Schild auszuziehen. Ich bin fast geneigt, das Schild gegen den auszuziehen, Leute. Das ist immer noch ein bisschen schneller und das bringt mir eh nichts. Ich kriege ja nichts geplockt von dem. Also entweder er trifft mich und ich kriege Schaden durch oder ich bin gestagert, eins von beiden. Und dann arbeite ich lieber mit Ausweichen. Also ziehe ich mal das Schild aus. Meine Rüstung werde ich aber anbehalten. Ich meine, immerhin bin ich kein Warnhit gegen den. Dann bin ich immer ganz schnell den Ring reparieren und im Anschluss machen wir dann mit dem nächsten Versuch. Also bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Machen wir weiter mit dem nächsten Versuch. Und ich werde aber erstmal wirklich versuchen nur einen Nachkampf zu machen. Ja, ich muss es anpassen, je nachdem man es gerade besser passt. Ich weiß es nicht. Am Anfang ist es wahrscheinlich erstmal ein Zauberer besser. Schätze ich zumindest. Dumm, 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 dumm. Und dann sollte ich es aber auch mal markiert bekommen. Einmal können wir bestimmt ausweichen. So, jetzt können wir nochmal. Und jetzt hier entgegenlaufen. Entgegenlaufen, immer schön entgegenlaufen. Das trifft er mich nämlich nicht, das ist wunderbar Also Ausdauer, einmal können wir bestimmt feuern Scheiße, ich habe ihn leider nicht anvisiert gehabt, aber ich muss entgegenlaufen Ja, der kann mich nämlich nicht mehr weg, wenn ich da nicht richtig reagiere So, jetzt aber jetzt entgegenlaufen Springen Scheiße, das bin ich direkt vor ihm Fuck, er hat mich auch getroffen, damn it Ganz ruhig Ganz ruhig Okay, jetzt will ich entgegenlaufen So, so geht das nämlich, halt dran eben schnell Und das wird er gleich wie ohne Kack machen Okay, weg Da kann ich nach hinten ausweichen, das ist gut zu wissen Jetzt fliegt er wieder, sollt ihr entgegenlaufen So, da kann er nämlich nichts machen So Und selbst da konnte ich jetzt ausweichen Okay, ich muss zaubern, Leute, das ist überall Gift Nach hinten, nochmal zaubern Ganz ruhig Ganz ruhig Entgegenlaufen Und aufpassen wegen dem scheiß Gift hier Ja, das war nicht so gut, glaube ich Was machst du jetzt? Jetzt wird er wahrscheinlich wieder feuern, könnte ich mir vorstellen Was hat er denn jetzt vor? Ja, genau, das dachte ich mir Komme ich hier noch weg? Okay, da weiß ich nicht so richtig, was ich machen soll Oder kann ich das blocken? Wahrscheinlich nicht, ne? Weg hier Heiltrank Also da weiß ich nicht, was ich machen soll, wenn er die Scheiße macht An links laufen schaffe ich ja auch nicht So, Achtung Boah, krass, Alter Chancenlos, absolut chancenlos Und ich bin vergiftet gerade Wo ist denn der? Na, da ist er Einmal, komm mal Na, nach hinten Okay, das war vom Timing gut gewesen Glücklicherweise Und er fliegt wieder Okay, einmal zaubern Trifft der? Ich weiß es nicht Ausweichen Und das Gift zieht uns langsam alles ab Hier, Heiltrank Na ja, nach hinten Heiltrank Ganz ruhig Ganz ruhig Jetzt kommt die Scheiße wieder Okay, wenn ich auf ihn zulaufe, wäre vielleicht eine Chance Ja klar, das ist eine Idee Aber das geht halt auch nicht aus jedem Winkel So, auf ihn zulaufen Oder so erstmal Ah, schlechtes Timing Ganz beschissenes Timing Aber einen Heiltrank kann ich jetzt nehmen Hoffe ich zumindest So, auf ihn zulaufen So Vielleicht sind wir auf Nahkampf eben Ah, da sind wir so weit weg, Alter Das macht er bestimmt wieder seinen Feuerscheiß Ah, okay, ich komm weg So Ganz ruhig Ganz ruhig So, jetzt können wir auch mal zaubern Kommt er bestimmt gleich wieder auf uns zu, oder? Ich weiß es nicht Alter, alter, alter Weg Wie? Also das ist der Ankel, wo ich zulaufen muss Ja, ich hab schon kapiert, Leute Ich würde ja gerne mal Nahkampf machen Ganz ruhig Auf ihn zulaufen Beam So Und nochmal bitte runter So, jetzt was Ey, ich muss mich erstmal heilen Hier Der ist übel, Leute Der ist übel Dann kann man sagen, was man will Nein Ah, ich bin noch nicht tot Ich bin noch nicht tot Ich bin noch nicht tot Heiltrank Ich konnte gar nichts machen Scheiße Ah, fuck Weg Oh nein Scheiße Komm, mach mal deinen Feuer move, oder so Shit, ich war ja vergiftet Heiltrank Ganz ruhig Ganz ruhig Hau mal zu Und zu Will er nicht So, zum Schwanz Gott, alter Das ist nicht mein Ernst Ich könnte kotzen Ich könnte kotzen Ich könnte kotzen Das ist ein böser Drache Okay, ich hab's glaube ich geschafft Heiltrank Nee Nee, 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 nee Nee, das ist lächerlich, Leute Das kann man nicht ernst nehmen Das ist Mir fällt, ich gehen wir dazu So, Leute Nächster Versuch Meine Fresse, Alter Das ist eine schwere Geburt Also, das ist wirklich heftig So Nur zweimal zaubern Dann nach hinten ausweichen Und jetzt nochmal zaubern So Haben wir schon wieder ein bisschen was abgezogen Was macht der Härtst Er fliegt dann nach oben Ich mach schon einen Schwanz, bitte Ich hab keinen Ahnung, wo der Schwanz ist Das kam ein Problem So, ich konnte So viel dazu Ich konnte nicht ausweichen So Ganz ruhig Jetzt macht er wieder den Move nach hinten Da kann ich jetzt gleich attackieren, oder? Achtung So Scheiße Also ich darf da echt nur einmal zuhauen So, hinter ihn Einmal Kümmer Sehr gut Komm immer schön Ganz ruhig Okay, einmal kann ich Heiltrank nehmen Jetzt muss ich zur Seite rennen So ist gut gewesen So, ich komme mir jetzt erstmal nicht näher So, Zauberstab Einmal kann man zaubern Das machst du Okay, zur Seite schnell So, und jetzt einmal zaubern Ich laufe einfach entgegen Jetzt muss ich noch was schaffen Tatsache Sehr cool Wo ist denn der jetzt? Da Okay, ich dann renne zur Seite Na, was mache ich denn jetzt, ey? Fuck Die Richtung einfach Okay, ich habe es irgendwie noch weggeschafft Jetzt komme ich aber langsam näher Das ist gut Äh, jetzt fliegt er schon wieder nach oben Äh Scheiße Mann Leck mich am Arsch Ganz ehrlich Mich regt der Drache auf Weg So, jetzt kommen wir zaubern Einmal Alter Ja, aber jetzt macht er die Kacke hier So, einmal darf ich jetzt hauen, bitte So So, sehr gut Und jetzt irgendwie versuchen noch hinter ihn zu kommen Lässt er nicht zu Aber zum Schwanz komme ich So, sehr gut Äh, aber es macht nicht ganz so viel Schaden Das ist nicht ganz so schlimm Scheiße Äh, keine gute Position Okay, sehr gut So Weg hier Wann mal Weg hier Ich muss erst mal mich heilen dann irgendwie So, okay, er fliegt nach oben Wo ist der Schwanz? Wo ist der Schwanz? Renn! 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 Die rennt nicht! Die rennt nicht! Das ist so geil! Wie ich halt die Taste 3 mal jetzt hoch zu drücken Und sie reagiert einfach nicht Die rennt nicht! Die rennt nicht! Die rennt nicht! Ganz ähnlich ey Das regt mich so unfassbar böse auf Nimm einen scheiß Halt dran geht's Wenigstens Ganz ruhig Ganz ruhig Aber die rennt halt nicht, ne? Jetzt rennt sie Ja, ich seh's auch Aber vorhin die Ich weiß nicht, ob mein Controller kaputt ist Kein Plan Jetzt rennt sie schon wieder nicht Das ist der absolute Wahnsinn Wartung, gleich schlägt er wieder Ausdauer 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 Die rennt schon wieder nicht Und ich springe wieder voll rein Aber die rennt halt auch nicht, Mann! Ganz ruhig Halt hang nehmen, bitte Er hat ja nicht mehr viel Außen rum So, da trifft er mich nicht Kann ich meine Zauber erstmal noch raushauen Zweier wenigstens So So Entgegen rennen Uh, okay, wir haben's geschafft, Leute So, jetzt irgendwie außen rennt er mal bitte So, sehr gut So, und jetzt drauf hier Bam, bam Leider kein Zweihand Weil es ist immer so, dass man vom Stab wieder zurückwechselt Was voll nervt Jetzt vergifte ich mich gleich hier Ganz ruhig Okay, Halt rank Okay, jetzt können wir zaubern Einmal Wenigstens Oh, ist das übel Aber ich müsste ihn nur noch einmal treffen Ausweichen Okay, ich muss nur noch einmal zaubern Einmal zaubern Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm Stirb Hab ich ihn? Nein Alter, du Rotzdrache Ganz ehrlich, du hast es nicht anders urge Näm Seele des schlafenden Drachens Dimm Leute, wir haben's endlich geschafft und ich war so akkur die ganze Zeit, das ist unglaublich. Aber ganz ehrlich, der hat irgendwie da einfach nicht reagiert. Also manchmal so, dass ich zwei, dreimal wirklich konsequent auf B drücke, gedrückt halte und die rennt nicht los. Als ob es in dem Moment nicht registriert wurde oder so. Aber egal, wir haben es geschafft. Das freut mich natürlich riesig. War das ein Krampf gewesen. War das ein Krampf gewesen. So gut, wir haben auch keine Heiltränke mehr. Das war echt bitter nötig jetzt hier. Dass wir den jetzt hier schaffen, aber da liegt doch noch Zeug rum, dachte ich, ne? Glaube ich zumindest. Also bevor ich da durchgehe, werde ich immer ganz schnell zum Leuchtfeuer rennen. Erstmal. Alter! Was ein Krampf. Was ein Krampf. Aber es war auch alles echt notwendig gewesen. Ich musste echt alle meine Zauber raushauen von den Starken. Ich musste super viel im Nahkampf arbeiten. Und meine Waffe, guckt euch mal meine Waffe an hier. Ah ne, jetzt war ja gerade ein Leuchtfeuer, aber die war vielleicht noch bei 10% Halbarkeit oder so. Mehr war da nicht mehr. Die war fast kaputt, ne? Also, das ist echt heftig. War alles nötig, was sie kann, die Gute. Und diesen Kackdrachen da zu besiegen. So, aber ich dachte, dass hier noch zwei Kumpen liegen. Ja, da hinten liegt noch was, genau. Und dann gehen wir mal zu diesem komischen Quellding da. Boah, es tut mir noch da ein bisschen leid, wenn ich so rumschreie. Aber das sind halt Emotionen. Das sind halt wahre Emotionen. Und manchmal bin ich halt da noch ein bisschen Biest. So wehrt manchmal Zauber ab. Ring von Sir Jorg, der das Blut eines Drachens suchte. Und nach Schul war ein Viel. Kann Zauber abwehren. Sir Jorg trat dem schlaffenden Drachen Sinn gegenüber und nahm ihm mit seinem Stahl etwas Blut. Sinn spie das Gift nach ihm, das lange Zeit in ihm herangereift war. Und tötet die Stadt in eine miasmatische Wolke. Okay. Ja, interessant auf jeden Fall. So Leute, dann lasst mal hier zu diesem komisch nervigen Ton-Ding da gehen. Alter Schede. Alter Schede. Ich hätte geburt gewesen. Ach so. Krone des versunkenen Königs. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ein Fall Hitze klemmt in der Waldenkrone. Uh, das muss was ganz, ganz Spezielles sein. Krone des versunkenen Königs. Der einst dieses Land regierte, der König errichtete das ewige Heiligtum unter der Erde zu Ehren des großen Drachen. Doch das turmhohe Bollwerk stürzte kurz nach Erwachen des Drachen mitsamt der Stadt ein. Doch dies geschah vor langer Zeit. Heute erinnert sich niemand mehr an des Königs Namen. Das ist halt der versunkenen König. Sieht nicht aus. Okay. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwelche Boni hat oder so. Aber wir lassen jetzt einfach mal aufwählen, dass wir es jetzt hier geschafft haben. Rückzug. Dum 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 dum. Boom. Untertitelung. BR 2018